Hallo Leute, es ist soweit. Miele, Porsche und Kärcher verlassen Deutschland. Die ersten deutschen Unternehmen haben angekündigt, ihre Produktionsstätten ins Ausland zu verlagern, da der Standort Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wen wundert's? Das hat sogar die Politik jetzt erkannt. Doch die Erkenntnis kommt wohl ein bisschen zu spät. Neben dem Konzern Miele, der einen Teil seiner Produktion nach Polen auslagert, haben auch Unternehmen wie Porsche und Kärcher das Außenland zunehmend im Blick. Die Gründe dafür sind vielseitig, aber auch die politischen Entscheidungen der Ampelkoalition haben ihren Beitrag dazu geleistet. Nicht nur Miele verlagert die Produktion aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland ins Ausland, auch der Autobauer Porsche will seine neue Batteriefabrik doch nicht in der Heimat bauen, sondern vermutlich in den USA. Nach Presseinformationen könnten vor allem die Subventionen den Ausschlag dafür geben, gegen einen Standort in Baden-Württemberg. Aus Unternehmenskreisen heißt es, dass Nordamerika wohl bereit wäre, Porsche mit fast 2 Milliarden Euro zu unterstützen. In Deutschland würde der Autohersteller eine Förderung zwischen 700 und 800 Millionen erhalten. Und auch der Reinigungsgerät der Hersteller Kärcher plant wohl einen Umzug. Laut übereinstimmenden Medienberichten plant der rechtlich selbstständige Geschäftsbereich Kärcher im Unickel, Arbeitsplätze von Reutling nach Lettland zu verlagern. Betroffen sind rund ein Viertel der Stellen des Herstellers, also Arbeitsplätze in Deutschland. Wenn das so weiter geht, ist Deutschland wohl bald pleite, weil keiner mehr Arbeit hat. Denkt drüber nach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao.